Primochten Primochten war ursprünglich eine kleine Insel in unmittelbarer Nähe zum Festland. Zunächst war der Ort mit dem Festland durch eine mobile Brücke verbunden, später wurde die Brücke durch einen Deich ersetzt. Umgeben wird der Ort von der im 17. Jahrhundert erbauten Stadtmauer. Primochten ist seit 1960 touristisch erschlossen. Am höchsten Punkt der Halbinsel befindet sich die im 15. Jahrhundert errichtete Pfarrkirche in der Sviti Juraj, St. Georg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Korb subjektor hat noch in 15. Jahrhundert errichtete Pfarrkirche nach London Stadtmauer wird Auftzeug castig Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020